Das ist unser Zielobjekt. Und er hat gerade die Technologie erworben, um radiologische Bomben zu bauen. Heute Morgen um 3.43 Uhr hat das Außenministerium eine dringende Meldung geschickt. Vor fünf Tagen gab es einen Putsch in Jeweyer. Die Linie nimmt Kurs auf Jeweyer. Um die dortigen chinesischen Zivilisten zu evakuieren. Wenn sie sie retten wollen, nur zu, sie werden eine Leiche retten. Schmerzer, Angriff! Und Angriff! Ich hab sie! Geht rein! Diese Mission ist eine Botschaft an alle Terroristen, dass sie es nie mehr wagen sollten, einem chinesischen Bürger etwas anzutun. Kapitän, sie zielen auf uns. Schiff kampfbereit machen, Stufe 1! Schiff kampfbereit machen, 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 Schiff kampfbereit machen Untertitelung des ZDF, 2020